Hier bin ich wieder MK3, und nachdem ich wieder x-mal rausgeflogen bin, warum auch immer, darf ich jetzt endlich gegen Blut kämpfen? Blut fährt unsere left-over-Zombie. Kommt zu denken, du würdest einen ziemlich guten left-over-Zombie machen. Kreaturen... Ja, gut, Spellpower-Roof nochmal. Ich meine, ich hatte eben die anderen schon mal probiert, aber das hat nicht so geklappt. Verlierer vs. Blut! Schau dir zurück. Mhhh... Nicht so schlecht. Das war ich am Anfang nicht, und ihr am Anfang eigentlich auch noch nicht. Nichts. Wirklich. Oh, shit. Und Spellpower? Nicht gut, nicht gut. Auch nicht. Ich fragte die Zombies, ob sie ihre Gehäuser wollen, und sie sagten, ich will nicht schlafen. Und die gleiche Antwort von mir wie eben schon. Haha, ha, 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 ha. Weil, tun wir gleiches, müssen wir gleich mal vergelten hier und hauen einfach zurück. Macht auch nicht viel mehr Unterschied. Hm, soll ich irgendwas ausspielen? Ja, wir spielen das aus. Oh, warte mal. Ne, warte mal. Beheben wir uns jetzt auch für Spellpower-Geschichten. Und hauen weiter auf ihn ein. Okay, das ist jetzt blöd. Wir müssen wirklich was langsam gegen ihn machen. Hallo. Äh, gut, 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 gut. Hier könntest du keine Karte ziehen. Aber ich hab... Mir fehlen Spellpower-Karten. Problem ist, wenn er stirbt. Ach komm, weißt du was, die fresse ich, die Schadenspunkte. Ist mir mal egal. Also erstmal warten, bevor ich vielleicht was mache. Oder soll ich jetzt irgendwas One-Shotten schon hier? Dann kriegt er für zwei Runden plus zwei, wenn ich den töte. Ist fast egal, wie rum ich's mache. Ist trotzdem ein besser Tor, das wird ja nicht das Teil. Job's done. Und ich zerstör... Ah, ich, äh... Ich hab extra noch gelesen eben, was er macht. Und ich hab vergessen anzugreifen. Junge, du bist so toll, das ist schon schlimm mit dir. Oh, ja klar. Was hat er bitte noch alles da drin? Schurken-Karten, Ruiden-Karten... Vielleicht kommt er mit der Armee von Trients an, richtig? Nein, aber mit Kreaturen, die mich heilen würden. Natürlich hat er Rüstung jetzt gekriegt dafür. Das kickst mich grad ein bisschen irgendwo. Ich kann aber nicht töten dafür jetzt. Ist alles nicht gut, ist alles nicht gut. Das sei denn, wir machen zwei Schaden auf ihn und bringen den Kreaturen auf. So wie ihn hier. Ich weiß, der kriegt jetzt Attack, aber ich kriege Kalo. Das, glaube ich, rentiert sich für mich sogar. Oh, natürlich. Jetzt macht er natürlich noch mehr Schaden und all die Heilung ist... Bitte was? Boah, du Futter. Junge, hast du nur Verkettungen gemacht? Hättest du das andersrum gemacht, wenn das Ding noch besser geworden. Bin mir nicht sicher... Ob du das so wolltest. Pack erstmal ne Kreaturen weg. Über ins Gesicht noch mal hauen, ey. Auch nicht doch. Natürlich, der, der mich heilen würde. So langsam gehen wir natürlich die Ideen aus, was ich machen soll. Es ist ein Achievement für die Glut. Ich bin ziemlich sicher. Ja, 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 ja. Der wird zwar eben schon alt, bevor du überhaupt den benutzt hast zu oft. Das haben wir übrigens mit drei Schaden, sechs Schaden, fünf Schaden. Das ist zu viel. Dann wird der zwei Dinge schaden. Im Endeffekt den Schaden. Da sind die beiden aber toast. Dann kriegt der so viel Attack dazu. Dann haut er mich mit fünf danach nochmal. Dann bin ich gleich am Arsch. Aber wir können auch einfach den tun. Dann kriegt der zwar auch Attack, aber... Aber gar nichts. Jetzt hauen wir mal zu. Aber es wird nicht an den zwei Schadenspunkten hängen. Die ich eben mal nicht gemacht habe, so wie das aussieht. Oh, scheiße. Der hat tatsächlich eine Kreatur damit geklatscht, anstatt was anderes. Interesting, interesting. Oh, es reicht nicht. Es reicht genau nicht. Sonst hätte ich einen Klingenwirbel machen können. Das sind die beiden Kreaturen. Allerdings hat er dann fünf Attack dann auch sofort. Und so bin ich jetzt einfach mal Game Over. So ein... Fuck aber auch. Na gut, wir haben uns bis runter gekämpft. So, jetzt gehen wir gleich raus, damit wir nochmal probieren können. Schön, dass da was drauf eingeht. Da gibt's keinen Erfolg für, wenn der Gegend verlierst. Haha, fast. Ja, das ist schön. Ähm... Hier habe ich keinen Deathrattle drin. Nein, ich habe alles andere da drin. Aber kein Deathrattle, glaube ich. Nein, ich habe alles andere da drin. Aber kein Deathrattle, glaube ich. Wenn es dann ein Spinner ausspielt, kann ich die womöglich direkt umbringen. Aber dann hauen mich zwei Kreaturen. Ist auch nicht so toll. Machen wir trotzdem. Hiermit kann ich was... Ja, killen wir alles. Killen wir alles und rüsten uns rauf. Mal gucken, was wir noch so ziehen. Also, ich habe keine billigen Karten im Deck. Deswegen passt das schon. Außer Ziel vielleicht. Bringt mir jetzt eh nix. Ja, ja, hau mich ruhig. Hau mich ruhig. Das bringt mir gar nix. Hau mich, hau mich, hau mich. Kann ich auch Windschaden machen? Minion. Doof. Ähm... Ne, können wir nicht. Dann... Mal so rum. Das ist jetzt interessant, dass der so einen hat. Die ganze Zeit spielt der... Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Mal gegen ihn gespielt. Aber er habe nicht ein einziges Mal eine tankende Kreatur gespielt. Und plötzlich, wenn ich Krieger auspacke, das ist der einzige, der richtig Auge machen könnte. Plötzlich kann er tanken. Interesting. Dass man nicht irgendwo beschiss ist. Irgendwo. Ähm... Soll ich jetzt schon drauf hauen? Ja, warum nicht? Ich... Ich ziehe mir lieber eine Karte, als etwas umzubringen, ehrlich gesagt. Noch so jemanden. Das wird jetzt interessant. Weil jetzt... sind die alle toast. Und er kriegt dafür so ein bisschen Attack. Bring mal sie mal raus. Dann hat er noch eine Panzerung. Ich töte die jetzt deswegen nicht, weil sonst so das Ding hier fortnämme ich... Attack kriegt ohne Ende. Der hat auf 5 Attack auf einen Schlag aufgehört. Oh nein, nicht doch. Ja, genau. Geht mich einzeln an. Wieso so rum? Das macht keinen Sinn. Egal. Du kommst nicht mehr durch. Dein kleiner Schadenshaufen, Schisshaufen, da kommt nicht an. Jetzt kommt der natürlich große Preisfahrer. Wie haue ich am besten zu? Reicht nicht. Sonst würde ich am liebsten so drauf schießen. Dann hat er nämlich nur noch 2 Lebenspunkte. Jupp. Und dann mache ich das raus. Mach damn. Und alles geht hoch. Moment, das kann ich auch so machen. Das kann ich auch so machen. Ich schieße auf ihn runter. Dann wird das Ding zwar stärker. Oh. Er hat ja nur einen Angriff effektiv damit. Aber das... Ich clear das Board. Der geht in die Luft. Der geht nicht. Das reicht gar nicht. Fällt mir grad mal ein. Mh, 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 mh. Ich kann den nicht umbringen. Ich mache nur Schaden. Das ist nicht cool. Dann machen wir das jetzt die Runde auch nicht. Das ist mir zu gefährlich. Nee, 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 nee. Wir warten ab. Wir machen ein Waiting Game. Wie ich schon. Probe Zeit habe. Wir hauen ihn aber vorher noch einmal. Die eine Rüstung nehmen wir mit. Das ist doch schön. Das ist doch super. Haut mich. Das ist nämlich die letzte Waffe gewesen. Hau es keine Mana mehr. Perfekt. Ah, schön. Alle kriegen einen Schaden. Die beiden gehen tot. Machen nochmal zwei Schaden auf alle. Das heißt, wir haben diesen. Dann kriegen alle drei Schaden insgesamt. Dann kann ich das auspacken. Auf den und den. Weil sie an sich, die übrig sind. Der hat schon drei gekriegt. Geht auf 500. Der explodiert. Und bringt alles um. Perfekt. So machen wir das auch. Also erstmal. Natürlich müssen wir ihn ausspielen. Aber der stirbt leider bei der Aktion. Deswegen lassen wir es. Und auf 14, Freunde. Boom. Und für nächste Runde bringen wir die Charge-Gretour raus. Na, ist das nicht super. Oh, scheiße. Gerade so am freuen. So, yeah. Oder so. Wait, nein. Nicht gut. Oh, Slam. Slam ist super. Slam ist super. Dann hauen wir nämlich ihn. Hält er noch vier aus. Dann bringen wir ihn aus und chargen ihn sofort hinüber. Das ist ja wenigstens hoffentlich ganz hinüber. Also permanent tot. Nicht, dass die ständig neu kommen, die Kreaturen mir hier. Oh, diesen Stoff. Ja, mach ruhig. Und jetzt? Ah, okay. Und natürlich das Teil sofort. Ja, ja. Oh. Er frisst es aber auch sofort dafür. Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Das heißt, wir bringen raus. Wir haben nicht genug Mahn, um alle rauszubringen, die ich ursprünglich will und wollte. Also machen wir das anders. Wir bringen ihn raus. Wir bringen dich raus. Und wir bringen... Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich ihn enragen will jetzt schon. Würde das irgendwas bringen jetzt gerade? Nee, wird's eigentlich nicht. Ich hoffe, dass er den angreift, nicht den anderen. Weil er hier eigentlich 3-3 ist und 2-4 ist. Oh, nein. Ja, gut. Entraging kann ich jetzt niemanden mehr. Scheiß Dreck. Bringt doch beide um. Wie wär's damit? Spiders kommen oder der 5-1er-Kraft mich an. Oh, nein. Wirklich. Hey, auf mich an. Wirklich. Das ist interessant. Hm. Da hab ich nicht dran gedacht, dass ich das Wort mache. Da warte ich einen Mana, sag ich schon. Eine Runde. Wenn der Kontakt ausspielt, mach ich ihm Bäm. Zehn Schaden. Nee, zwölf. Zwölf kriegt er dann. Also, jetzt könnte ich hier die beiden einfach wegrauchen. Die sind beide tot und er kriegt jetzt so viel Attack. Ähm. Will ich das riskieren? Bevor die mich noch ein paar Mal schlagen? Eigentlich schon. Mach uns weg. Das ist die Frage, ob ich das... Nee, nee, nee. Wir machen das schön. Wir bereiten das alles schön vor. Wie ich's mir ausgedacht hab. Ich weiß noch nicht, ob ich... Deals 4DM... Ich glaub, ich warte damit noch ein bisschen. Haben wir noch mal auf. Nächste Runde machen. Boom! Oh, scheiße. Gut, ich kann Deathrattle drin haben. Oh, nicht schon wieder. Oh, Cheater! Nee, du kriegst jetzt noch eine Tankteil zuhause. Nein, kannst du nicht. just, oh, maschle. Eeeet Shit, Junge! Weid, es ist... Gommarsch-Hell-Scream! Ja, gib mal Heilung. Scheiße. Egal, ich werde trotzdem geheilt. Oh, die hauen Dähler viel. Ja, richtig nur Schade, richtig nur Schade. Das ist schön, das ist schön. Hm, wir spielen unsere Hand aus. Das ist die Frage, wisst ihr was? Ne, warte mal, wir spielen das nicht aus. Wenn wir runtergeschlagen werden, One-Shot-Wid einfach damit. Ist auch viel besser. Ich glaube nicht, dass er sich heilen kann. Ja, hau dem, hau doch mal zu. Hau doch mal zu, Junge. Tu mir den Gefallen. Drei Lebenspunkte nur noch. Der wird um eins stärker, was willst du jetzt mal ausspielen? Gib den Tipp gar nichts. Nein, wer will jetzt all diese left-over-Zombie essen? Nein. Man muss sagen, die Witze werden schon besser von dir. Oh, natürlich kriege ich jetzt diese bescheuerten Zombies. Die im Priesterdeck, wo ja gerade auf Schatten gegangen ist, hier mit der einen, ne, mit einem Soulpriest, die dann sagt, alle Heilung wird zu Schaden. Dann stelle ich mir die Karte absolut pervers vor. Anstatt fünf Heilung kriege ich die andere fünf Schaden. Interesting. Okay. Ist, ist das Teddius? Ich muss sagen, ich habe keinen blassen Scherf von dem Flügel. Hey, den Hindi konnte ich mir ganz grob erinnern, aber... Wie ist das? Ich bin mir nicht sicher. Bis gleich. Wie immer. Kleine Schnitte und so.